Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du so einen Pulli mit oder ohne Kapuze richtig falten kannst, damit dieser einfach schön ordentlich in deinen Schrank reinpasst. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst müssen wir unseren Pullover jetzt einfach einmal umdrehen und dann schauen, dass wir alles schön auseinanderstreichen, dass natürlich keine großen Falten mehr vorhanden sind. Sollte auch schon passen. Dann den ersten Ärmel einfach einmal nehmen und hier bei der Naht einfalten, also so nach innen falten und hier vorne nochmal ein kleines Stück nach unten umklappen, dass diese Ärmel hier nach unten schaut. Dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite auch noch, den Ärmel wieder an der Naht nach innen klappen und wieder ein Stück nach unten umfalten. Nun den Pulli hier nach innen falten, dass er ungefähr in der Mitte ist. Das sollte jetzt bei mir hier nämlich sein und von der anderen Seite dasselbe Spiel, dass sich hier in der Mitte einfach die zwei Seiten noch einmal treffen und wir können diesen unteren Teil hier bis unterhalb von meiner Kapuze jetzt nach oben falten. Wenn wir keine Kapuze haben, natürlich einfach bis zum Kragen hoch. Jetzt die Kapuze hier oben noch wir meinen Pullover drüber machen, etwas glatt drücken, dass hier natürlich auch nicht zu große Falten sind und wir können sehen, mein Pullover ist somit auch schon richtig gefaltet. Wenn du deinen Pulli jetzt für eine Reise noch kleiner machen möchtest, dann drittel einfach mal diesen Pullover hier in etwa. Wir falten ihn also einmal um ein Drittel hoch und dann noch einmal eins höher und schon ist der Pullover nämlich kleiner gefaltet. Auch können wir jetzt unsere Kapuze hier noch zum Verpacken von dem Pullover verwenden, hierfür einfach die Kapuze drüber geben, dann einmal etwas einstülpen, dass diese komplett über meinen Pullover drüber geht. Nochmal umdrehen, hier auch nochmal etwas nachziehen und schon kannst du sehen, der Pullover ist super verpackt und jetzt können wir diesen sogar noch für den Zug zum Beispiel als Kissen verwenden. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens noch hochwertige Pullover, egal ob für Herren oder Frauen, zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zum relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra im Fachgeschäft viel verfahren. Wenn du dir also so einen Pullover hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mit zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.